und damit ein herzlich willkommen zurück zu monster stories 2 demo im sechsten part glaube ich mittlerweile und ja ich habe letzte folge versprochen wir machen nur schnell das hier schnell durch ja wir gehen hier ganz 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 schnell brandsalve ganz schnell durch und dann gehen wir halt zu dem monster bau wo wir eigentlich auch hin sollen ok fehler gibt es jetzt erst ich weiß die meisten sind schon angenervt für diejenigen tatsächlich das projekt hier verfolgen das let's play dass wir hier so lange brauchen und hier uns zu viel angucken und so aber hey hey los komm gib zu also es gehört einfach dazu aber hier sind wir schon ziemlich schnell durch ja da schläft auf jeden fall wird das monster schnarch wecken wir erst nicht es hat schönheit schlaf nötig wir steigen einfach mal kurz ab ist das schwer denn ab dennoch die ganze nach raus dann haben wir mittlerweile auch schon zwei da sagen ist das ab doch noch wird so aufgewacht ein aber nur wieder zitrone der darum stampft die sonne höre alter erschreckt mich dann nicht so dass er würde jetzt tatsächlich will der will zitrone hier stehen okay so heißen jetzt glaube ich mein erstes eisenerz oder da hier ist wieder ein abtonoff lassen wir es mal schlafen okay es ist halt leicht wir kriegen glaube ich sowieso nur leichte oder sehr leichter eier hier machen wir nochmal es leuchtet nicht beim dritten mal okay okay jetzt jetzt leuchtet das gold okay und wir haben auch keine eier mehr raus hier aus hier naja so wütend scheint es nicht zu sein ne verfolgt mich ja nicht mal es ist ja auch egal es ist ja auch egal oha neue monsties gespawnt hier oder sind noch fischis da gehen wir mal kurz rüber komme ich überhaupt rüber ich komme nicht rüber okay ich brauche hier ein monster das schwimmen kann aber hier haben wir auch wieder neue monster boss ne also ich kann hier reingehen wie ich will tatsächlich tauchen halt immer neu auf dankeschön gelbe horn und ein stein okay also wenn wir selten sehen tatsächlich gehen wir rein aber die normalen monster boss können wir glaube ich jetzt erstmal hart ignorieren weil das sind auch noch mal kemys sonst werden wir ja nie fertig tatsächlich und bei mir fliegt gerade eine motto rum nicht gut ich nehme hier gerade mitten in der nacht auf und es wundert mich nicht dass hier insekten auf einmal rumfliegen aber ja ist ja nicht so geil wenn sie mir halb ins gesicht fliegen so hätten kann ich wahrscheinlich auch nicht hin ich muss jetzt hier rein wahrscheinlich lassen wir mal kurz die pilze hier noch machen weil ich halt auch noch genau dämmerungspilze brauche ja nice ich glaube damit habe ich sogar alle gerade dass wir kurz schauen ja wir haben 5 und 5 die banabara haben wir auch fertig gemacht was haben wir hier brüder ein ei aus das kriegen wir gleich noch und kombiniere auch genug okay das können wir gleich auch noch machen wenn wir haben wir jetzt mittlerweile genug blau pilze mal schauen reizen aber wir könnten das dem hier kombinieren wir wollen aber gerne noch mehr haben wir nicht gierig werden aber hier waren wir schon durch ne ich bin aber weg tschüss okay gehen wir jetzt hierhin mal schauen was hier ist jetzt kommt dran was sei zu glänzen spring rauf und dann gleich direkt hoch zum aussiespunkt alles klar alles klar cool kriegen wir neue dämmungspilze jetzt ja jetzt gehen wir natürlich mehr als wir brauchen arzt pflanze okay glaube ich unsere erste hier haben wir auch noch mal blau pilze ne gift pilze warum sehen die genauso aus hm nicht sicher eisenerz oh vielleicht war es doch nicht unser erstes sah so special aus vorhin als ihr da drauf gehauen habt klasse kumpanen wir haben sausties punkt hülle geschafft alles klar manche monsterbau liegen offen auf dem feld während andere sich innerhalb von hüllen befinden durch das erkunden von bauen kannst du mehr monster erhalten die lage der eingänge zum monster bauern ändert sich jedes mal wenn du unterwegs bist einmal in einem blauen mond kann ein seltener monster bau erscheinen einmal ok und ich suche diese bau um seltene eier oder eier mit seltenen genen zu erhalten ok also heißt wir können nur einmal pro run sozusagen hier nur die bekommen schade dass ich jetzt von der ferne die nächste hier ne das wäre halt noch ziemlich cool so unten sehen wir jetzt aber auch nichts weiter ne hm einmal im blauen mond nicht sicher ob mich das einfach nur irritieren soll wir werden sehen aber wir haben es auf jeden fall mitgenommen so wir sind in der hülle aber wo ist der bau von dem oberhaupt garons erzählt hat oh ich glaube ich rieche monzaja wir müssen tiefer rein kompanien tiefer rein meine schnurre kribbeln irgendwas sagt mir dass wir hier drin nicht alleine sind ok lass uns hier ein paar blaupilze sammeln und einen trank mit dem rezept brauen das kenya die gegeben hat upsala wir kombinieren im campmenü um verschiedene objekte zu kombinieren und etwas neues zu erschaffen durch das sammeln von kombi rezepten erhältst du zugriff auf mehr kombinationen um ein objekt durch kombinieren herzustellen brauchst du das entsprechende kombi rezept du kannst sie durch das abschließen von dem quest oder durch spielen der hauptgeschichte erhalten sobald du die benötigen materialen hast kannst du überall objekte herstellen sogar wenn du unterwegs bist ja so blaupilze war tatsächlich das was mir halt ja noch on mass fehlte wir kriegen kannst ja nicht eine ganze menge hier und ok das waren giftpilze mehr haben wir hier nicht oder? oh warte mal da fliegt noch was rum das merken wir uns auch eine insektenhülse wie kann eine insektenhülse rumfliegen? nicht sicher so kombinieren jetzt können wir hier 15 tränke mal machen das war sowieso eigentlich der plan jetzt haben wir 22 tränke und auch gleichzeitig die quest mit abgeschlossen wo ist sie? da und kriegen dadurch noch ein jäger journal Sommer so und brüte ein ei aus kriegen wir dann nachher wenn wir wieder zurück sind im dorf und hier sind wir auch quasi durch oder? ah ne doch nicht hier kommt noch eine größere Höhle meine habra die würde ich jetzt ungern bekämpfen wollen geh mal weg die lässt hier eigentlich nur schnell durch mehr oder weniger das ist auf jeden Fall wieder eine größere Höhle so wie wir im letzten Park gesehen haben da hinten sind wieder Velocipres ich möchte erstmal darüber die Truhen haben immer ziemlich gutes Zeug soweit ich das mitgekriegt habe Lebenspuder ok Lebenspuder kann man glaube ich beide heilen will ich jetzt darüber oder will ich darüber? beide sind Velocipres ähm muss ich da hoch? muss da glaube ich hoch oder? mal wieder zurück hier upsala hallo? jetzt ist glaube ich sogar derselbe Weg ne? das ist derselbe Aufbau wie bei dem anderen wenn ich mich nicht hier aber ne gar nicht wei hier komme ich gerade in der Sackgasse wie es scheint äh ja gut aber vielleicht ist da ja noch was in der Sackgasse glaube ich mal ne hier scheint nichts weiter zu sein tschau du ja ihr dürft ruhig abhauen ich will euch gar nicht aber bei den kriegen wir wahrscheinlich warte wieso ist da ein roter Punkt jetzt auf einmal? war das der Abtünder? ja ne? es war einfach nur das Vieh was mir angezeigt wurde ok gut zu wissen gehen wir mal hier durch ähm wo muss ich lang? ich sehe es ehrlich gesagt nicht richtig ah guck mal hier an ich glaube hier muss ich lang dann hier aus geradezu ja? ja oder auch nicht warte mal wie groß ist die Höhle bitte? ist halt auch nochmal ne Truhe eine Silbergrille ein Dämmungsbild ok die äh die so bling bling machen also den den Zaun geben das sind glaube ich etwas seltenere Items die man hier sammeln kann kann man die Frosch sammeln? nein kann man nicht Klaupilz ah ok hier kommen wir endlich äh ah hier sind noch Knochen jetzt kommen wir endlich zum Ei wahrscheinlich müssen wir gleich wieder kämpfen wie das Zitrome echt jetzt? schon wieder? müssen gegen die Zitrome kämpfen? ne oder? siehst du was Masakopane? wir müssen erschlagen wenn wir ein Ei in die Tatzen kriegen wollen uncool? aber ok denke ich ist sogar alleine es ist ein wie die Strüme diesen Typen sind schnell und wenig irgendwelche Ideen auf Lager? ok er hat dir gezeigt wie du den Angriff eines Gegners zu deinen Vorteilen nutzt oder? nutzen wir das unter anderem muss ich erstmal wieder ein Schwert ausrüsten und es ist schnell sprich ich muss auf Technik du hast du schau du könntest zu einem anderen Monster wechseln und einen Doppelangriff versuchen weil er auf Geschwindigkeit geht sagst du oder was? ich kann dir mal kurz gucken hier Monster wechseln er ist äh oh tatsächlich ist er Geschwindigkeit die Bindung ist ja natürlich nicht so hoch gerade er ist wieder zurück gegangen aber ok machen wir Doppelangriff raus easy ok ich könnte jetzt reiten aber will ich glaube ich gar nicht Steinschild mach das mal ist ok aber er scheint eh gleich down zu sein ok wir können es reiten und dann damit finishen I guess Uff Explosion ah schade das hätte ich vielleicht nicht äh beschleunigen sollen dadurch wird die Animation auch komplett geskippt mir haha du hast den Wiedes herum besiegt du weißt dass du auch ohne Kane auf dir selbst aufpassen kannst ja war klar doch scheint das wüsstest du was es bedeutet ein Rider zu sein alright easy S Rang erreicht aber war klar ne wir haben ja schon ein paar Wiedes hier drum jetzt erledigt gut zu wissen dass ich auch das Monster einfach wechseln kann äh das kein Turn verbraucht und dadurch halt einen Vorteil bekommen wir haben es geschafft ich guck mal eine Zeit ein Ei auszusuchen in jedem Nest gibt es mehrere unterschiedliche Eier aber du kannst nur eins aussuchen und mitnehmen wenn es ein schweres Ei ist das gut riecht ist wahrscheinlich ein seltenes Monster darin ja bei Teil 1 waren halt äh gute Gene darin also es war ein seltenes Monster mit guten Gen also entweder oder oder meistens gab es die Kombination nicht aber naja egal Monster Ei können im Monsterbauern gefunden werden du kannst immer nur ein Ei gleichzeitig tragen aber du kannst es gegen ein anderes austauschen wenn du möchtest ein erwachsenes Monster könnte jederzeit in sein Nest zurückkehren also sei für sehr vorsichtig wenn du das Ei davon trägst Navajo wird jedes Ei das du aufgehst beurteilen je schwerer und wohlrichtiger das Ei ist desto höher die Chance dass das seltene Gene enthält genau das meinte ich gerade trage das Ei aus dem Monsterbau und es gehört dir du kannst es dann bei den Stallungen ausbrüten alright gut erstmal die Sachen wieder hier einsammeln ne das werden wir halt jedes mal machen ich meine wenn es hier vor früh hier schon rumliegt ne und es halt auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt können wir das ja einfach mal alles mitnehmen warte mal hab ich da was übersehen ahja ein Blaupilz die sind äh wertvoll die sollte ich vielleicht immer mitnehmen aber ich glaube ich hab alles ne gut dann äh taggen wir ja ok ich hab schon wieder vergessen abzusteigen ja 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 ist ok er glitzert nicht direkt das wollte ich nicht nö geh weg glitzert auch nicht kann auch weg glitzert auch nicht und das sind keine Eiermänner ok das muss nicht jedes mal glitzern und direkt wieder weg gut dann haben wir das Monsterbau jetzt auch untersucht was wir eigentlich untersuchen sollten haben wir es endlich geschafft das ist das was du mitnehmen willst dann lass uns zurück zum Dorf gehen um es auszubrüten alles klar landen wir direkt beim Dorf wahrscheinlich nicht so so war klar ein bescheiden Vogelgefeinergarten ok sie sind alle bescheiden hm misst ich ja können wir schnell zurückreisen geht das hier auch hm 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 hmm sieht nicht so aus ok, ich sollte vielleicht mal wieder reiten komm mal her hier dame bin ich ja schon ein tick schneller ne anti verbrennende plus eins und ziehen Oha, was wir hier nicht alles für Tal ist, Mann. Aber komm. Kann ich hier runterspringen? Okay. Kann ich. Ich hab mal Hakule-Honig. Ich lass die mal alle sein. Also ich geh jetzt nicht in die Richtung. Ich mach jetzt einfach mal das, was die Quest von mir erwartet. Ja, okay. Neue Pilze. Kannst wieder Dämmerungspilze. Vorhin ewig gesucht und jetzt finde ich sie hier an was. Ja, okay. Dann gehen wir einfach ins Dorf zurück. Wie ist es aber der Tag? Oh, meine Augen. Soll ich da hinten hin? Ach genau. Wir können erstmal die Nebenquests legen. Warte mal, genau. Erstmal hier. Die sind beide hier, ne? Ach genau, da hinten war der andere. Schön, dich wiederzusehen, Dogi. Wie ist die Banner-Aber-Luck-Quest, äh, Jagdgelaufen? Ja, ich hab fertig. Tischlerkäfer. Nimm mich im Erfang. Dankeschön. Also gut, Zeit, mein Angeln auszuwerfen. Ich fange auf jeden Fall ein paar leckere Fische für dich. Mit. Äh, dankeschön. Hi, Dogi. Hast du mir ein paar Dämmungswäsche mitgebracht? Aber klar doch. Aber es ist Tag, so. Nicht sicher, ob die jetzt noch gut sind. Okay. Damit haben wir wieder ein paar neue Pilze. Hm, diese Dämmungswäsche sind sehr klein und wirken nicht genießbar. Aber sie nur zu halten, macht mich schon mutiger. Wenn du noch weitere findest, bringst du sie mir dann. Ich hinterlasse dir eine Notiz auf dem Questbrett. Okay, eine wiederholbare Quest, wir scheinen. Hallo. Hallo. Ah, ich glaube, das hat damit wenig zu tun. Hahaha, das ist ein sehr guter Ding. Wenn du es mit einem Schlauch holst. Wow, das ist wirklich so. Das ist mein Schlauch. Ich bin mir nicht sicher, oder? Ich bin mir nicht sicher, oder? Ich bin mir nicht sicher, oder? Ich glaube, weder noch. Ich bin mir nicht sicher, oder? Ich bin mir nicht sicher, oder? Danke schön. Immerhin. Keina. Wenn du in die nächste Analyse gehst. Ja. Aber, Gara-Sama, ich bin mir nicht sicher, oder? Hm. Jetzt kommt sie zu Keina. Nein, bleib hier! Ich mach das schon. Was auch immer. W-Wie war das? W-Wie war das so? 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 W-Mixel-Seite, wenn's den Traumpunkt nicht in den Knoten brauchen. W-Wie war das so? W-Wie war das so, das so schmerzt nicht in den Knoten. W-Wie wüssten euch mal an. S-A-Sama, Ääääh? W-Wie war das so? Jetzt, wo die Monster um Reviere kämpfen, scheinen die Sätze am Vorgang bis auf die Insel kein Ende zu nehmen. Unruhig über die schrecklichen Folgen, die das für die Natur der Welt haben könnte, beauftragt Oberhaupt Gara, dich zu Pona, Gras-Savanne aufzubrechen und mehr herauszufinden. Nachdem ich die Eier ausgebrüdet habe. Ein Kampfgefährte ist ein Vermünder, der an deiner Seite Kämpfähigkeiten und Objekte benutzt und dir generell Unterstützung anbietet. Äh... Du kannst mal gestorben bleiben. Auch Kopfgefährten haben ihre eigenen Herzen. Wenn einer von euch alle Herzen verliert, zählt das als Niederlage. Herzen regenerieren automatisch bei Rückkehr zur Stadt. Ja gut, das verliere ich wahrscheinlich, weil keiner totale Nupe ist hier. Ich bin jetzt schon besser als sie. Ha. Okay, wir wollen erstmal Eier ausprobieren. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Kann ich hier so... Nee, kann ich nicht. Ach, shit. So, wir haben übrigens noch diese Connecticards. Wenn du ein richtiger Rider bist, kannst du die ganze Welt bereisen. Das ist eine Tatsache. Aber das musst du erst mal erarbeiten. Naja, genau. Es gibt zu spät ja noch Koop... Uh, ein Ludroff. König Ludroff? Das ist König Ludroff. Ein kleiner König Ludroff. Eines Tages wäre die Summonster-Experten. Wirst du schon sehen. Jemand, den man Wunderkind im Feld der Monster-Forschung nennt. Ah, das bin ich schon. Sorry. Starke Eier riechen gut und sind schwer. Trotzdem können wir die Guten nicht immer von den Schlechten unterscheiden. Ja, nicht sicher, weil wir es auch selber nicht riechen können, oder? Hätte ich doch nur einen Navigator als Partner, der mir sagen kann, welches Ei das beste Aroma und Gewicht hat. Du meinst sowas wie Naviru hier? Hm. Okay. Mit dir muss ich reden, oder? Willkommen zurück. Es sind bei mir... Was? Eier sind bei mir in sicheren Pfoten. Wollen wir eins ausbrüten? Aber sowas von... Oh, guck mal. Ich hab hier... Nur das? Nee, das letzte war jetzt kein Funkel-Funkel-Ei. Guter, guter, guter Geruch. Dies sind alles... Guck mal, das ist sogar sehr leicht. Das ist ein normaler Geruch. Das sind gute Gerüche. Und wie man sieht, kann man insgesamt... Äh, ich kann nicht zählen. Zwölf? Ja. Zwölfe Eier tatsächlich auf einer Mission, oder auf dem Run halt sammeln, und... Dann hier ausbrüten lassen. Machen wir einfach mal. So, erstmal die ganzen guten... Warte, warte, warte. Er ist nicht schlecht. Gib mir... Muss ich irgendwas drücken? Wird ist die Drome. Plus an Verteidigung. Oh, wow. Du kannst weg. So. Sind das denn auch wieder Zitrome? Von den... Von der Farbe her? Von der Eifarbe her? Sollte das eigentlich so sein, oder? Jo. Verteidigung plus Verteidigung. Wir haben zweimal Verteidigung gekriegt. Missicher. Oh, was ist das? Erhöht kritische Rate etwas. Okay. Hm. Das sind das alles wie... Wie das Zitrome hier. Krass. Selten Monsterbau. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Oha. Angriff und Verteidigung. Das stimmt. Mach richtig krass Gold hier, oder? Todeschlag aufs Ganze. Verbraucht mehr Bindungsladung, um Fähigkeiten mit voller Kraft zu entfesseln. Behöht Fähigkeitskraft etwas. Hm. Okay. Kann ich die freilassen auch wieder? Ich will das nicht so viele wie das Zitrome haben. Ich will eins haben. Kann man das irgendwie skippen? Die Innovation dauert mir gerade echt zu lange. Angriff und Verteidigung. Ach, Eisverteidigung. Guck mal, die können verschiedene... Genau. Ja, okay. Nevermind. Ich verstehe. Ich verstehe. Mhm. Göttlicher Segen senkt manchmal die Menge erlittener Schaden. Sehr geringe Aktivierungssink. Oh, okay. Ja, gut. Vielleicht mal gucken, ob ich die irgendwie wegbaden kann. Maximale TP, alles klar. Und plus Feuer, Verteidigung. Hm. Der Sävenlinge Stimme, regeneriert die TP eines einzelnen Verbündeten. Standard, regeneriert eine ordentliche Menge TP. Bindungsbalken fühlen sich gerungenfügig schneller. Und erhöht maximale TP geringfügig. Ja, schon ziemlich cool. Ich glaube, dich nehme ich mit. Ja. Ich nehme mich definitiv mit. Aber die ganzen anderen... Boah. Tausche Monstys in deine Gruppe gegen andere aus den Stellungen. Drücke Minus, um eine häufig genutzte Gruppenbesetzung als Voreinstellung zu speichern. Voreinstellungen ermöglichen das schnell und einfache Tauschen der ganzen Gruppe. Okay, cool. So, wir wollen jetzt aber den Abturnoffen mitnehmen. Der nur Stufe 1 ist. So, belastend. Und die anderen... Wähle Monstys, verwalten, um ihre Namen zu ändern oder Monstys auszuwählen, um sie wieder in die Wildnis freizulassen. Genau. Drücke X, um einen Monsty als Favoriten zu markieren und das ganz oben auf der Liste anzuzeigen. Erhältst du von der Müllungs GmbH einen Stellungenentwurf. Kannst du dann Stellungen erweitern, was ermöglicht, mehr Monstys zu halten. Genau. Aber die ganzen Level 1er können weg. So. Kann man mehrere machen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So. Die wären fertig. Ich stelle jetzt sicher nur blablabla. Brauchen wir jetzt gerade alles nicht lesen. Wir können jetzt eben noch die Quests an der Quest-Tafel abgeben. Ach guck mal, wir haben sogar hier direkt ein neuer Quest. Machen wir gleich. So. Erstmal einreichen. Damit, oh, Uptunov direkt, Stufe 4. Oh, Kainer wird damit auch direkt gelevelt. Sehe ich gerade. Okay, interessant. Alle Sammeln am Litter. Danke. Okay, nice. Uptunov wird dadurch gut gelevelt gleich. So, verfolgen Grundlagen. Ein Kombirezept für Farbbälle. Perfekt, um Ziele zu markieren. Hm, nicht sicher. Okay. Wäre sogar fast Stufe 6 geworden. So, ein Kombirezept für Immunisierer. Bringe deine Jagdfertigkeiten auf ein neues Level. Haben wir schon ein paar Mal gekriegt. Kriegen wir auch jetzt nochmal. Und wir haben, oh, Alter. Ganz, ganz viele neue Quests. Okay, schauen wir mal. Kugelrunde Probleme. Ich habe entlang der Küste nachgeforscht, um herauszufinden, was hinter den Vorfällen steckt. Aber mit diesem Konju kann ich mich nicht konzentrieren. Kannst du etwas unternehmen? Ja, wir haben schon ein paar erledigt, aber okay. Äh, Raritäten der Insel Hakolo. Hakolo ist wirklich großartig. Der Ozean in jeder Richtung. Die ideale Umgebung für ein völlig einzigartiges Ökosystem. Geh und sammle ein paar Kleintiere aus diesem Paradies. Ähm. Was ist damit gemeint? Achso. Ah ja, okay. Silbergrill und sowas. Verstehe. Das sind also die Kleintiere. Steinsammler. Rechteckige Runde. Was auch immer. Was? Achso, rechteckige Runde. Was auch immer. Bin seit 60 Jahren ein Steinliebhaber. Habe sie jeden Tag gesammelt. Aber ich kann mich nicht mehr bücken. Könntest du mir helfen? Klar. Die können wir auch direkt einreichen. Bitteschön. Rauten auf Stufe 6. Sehr schön. Und Erdkristalle kriegen wir. Auch das ist sehr schön. So. Rider 1x1. Auffergabe und Rider 1x1 Quest. Erstmal Auffergabe machen. Der komische aussehende Topf. Warte mal. Quest. Oh. Oh. Das hätten wir direkt machen müssen. Äh. Der komische aussehende Topf im. Was? Der komisch aussehende Topf im Dorf. Ah ja. Ist nicht nur Deko. Gebete oder Amulette zu offenen. Kann dir alle möglichen Vorteile bringen. Ah ja. Ah okay. Los. Opfer ein Amulett. Schau was passiert. Machen wir gleich. Nur 1? Ne 2. Da steht 1. Weißt du? Opfere 1 Amulett. Schau was passiert. Und unten steht Opfere Amulette. 0 von 2. Okay. Lässige blaue Schatten. Ich kann nicht gut mit Velocepre umgehen. Sie sind überall. Und sobald ich ihre Aufmerksamkeit errege. Folgen sie mir sofort. So kann ich nichts untersuchen. Kannst du helfen? Klar. Auch das geht voll klar. Sollen wir wieder ein paar neue Quests. Die wir dann aber erst im nächsten Part wieder erledigen. Weil wir schon wieder komplett überzogen haben. Meine Lieben. Von daher. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Ein paar Kommentare werden schön. Und ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschödelü. Tschödelü.